Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5957 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Modescouts müssen flexibel und belastbar sein. Modescouts müssen flexibel und belastbar sein. Ich hätte auch gerne einen so schnellen Sportwagen wie Sabrina. Ein Barkeeper ist eine Person, die in einer Bar arbeitet und Getränke zubereitet und serviert. Mein Name ist Angelo. Ich bin Friseurmeister in Hamburg. Mein Name ist Angelo. Ich bin Friseurmeister in Hamburg. Mein Name ist Angelo. Ich bin Friseurmeister in Hamburg. Der Standesbeamte beurkundet Sterbefälle. Der Standesbeamte beurkundet Sterbefälle. Mutter und Tochter erledigen die Gartenarbeiten gemeinsam. Sie geben den Pflanzen Wasser. Mutter und Tochter erledigen die Gartenarbeiten gemeinsam. Sie geben den Pflanzen Wasser. Mutter und Tochter erledigen die Gartenarbeiten gemeinsam. Sie geben den Pflanzen Wasser. Ich habe die Fähigkeit, mich von negativen Gedanken zu befreien. Ich habe die Fähigkeit, mich von negativen Gedanken zu befreien. Neben meinem morgendlichen Lauf von 10 Kilometern fahre ich auch Rollerblades. Neben meinem morgendlichen Lauf von 10 Kilometern fahre ich auch Rollerblades. Heute feiere ich meinen achten Geburtstag und lade euch alle zu Kaffee und Kuchen ein. Heute feiere ich meinen achten Geburtstag und lade euch alle zu Kaffee und Kuchen ein. Die zentralen Hauptkriterien für die Weinbewertung sind Aussehen, Geruch, Geschmack sowie der Gesamteindruck des Weines. Die zentralen Hauptkriterien für die Weinbewertung sind Aussehen, Geruch, Geschmack sowie der Gesamteindruck des Weines. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.